Herzlich willkommen zurück zu Rhythm. Und da hinten steht der Goro. Jetzt geht er ganz schnell wieder weg. Ich darf jetzt. Ja, jetzt darfst du. So, normale Folge. Mal wieder. Normale Bullying-Folge. Ja. Ach ja. Und sonst so, Goro. Du wolltest mir was erzählen, was du jetzt in der Aufnahme erzählen wolltest. Genau. In den Kommentaren wurde geschrieben. Warte mal, in den Kommentaren. Mit der Schaufel? Ach nee, das meinst du nicht. Okay, warte. Nee, das mit der Schaufel war auch gut. Pass auf, das will ich mal testen. Darf ich die Schaufel? Hast du die Schaufel, oder hab ich die? Du hast die. Gib mir die mal. Weil ich leg jetzt alles ab und wenn ich sterbe, bin ich halt einmal gestorben, weißt du? Ja. Und wenn nicht, ist IGP's Altar leer. Ja. Oder wir explodieren. Ja. Nein, ich wollte sagen, in den Kommentaren hieß es, EGORU, der Zauber ist doch gar nicht so schlecht, weil du kannst immerhin Zombies opfern. Ähm. Bist du jetzt bei mir? Nein. Nein. Okay. Ja, und was soll dir das bringen mit den Zombies opfern? Naja, dann wird die dunkle Magie in meinem Atari auch größer. Ach so, stimmt. Stimmt. Da brauche ich ja keine Hühner opfern. Das stimmt. Und die bringen wahrscheinlich mehr, ne? Die Zombies. Wahrscheinlich. So, wirfst du mir mal die Schaufel runter. Ich hab alles aus meinem Inventar rausgelegt. Oh, die Brille. Der sucht gerade hier den Zombie. Er geht irgendwie nicht in den Altar rein. Dummer Zombie. Guck dir das an. Ah nein! Er ist da reingefallen. Mein Haus-Zombie jetzt. Du hast ihn getötet. Ich hab's doch gehört. Nein. Ich bin runtergefallen. Das ist mein Haus-Zombie. Ich geb dem demnächst einen Name-Tag und dann heißt er Nephias. Bist du wieder hochgegangen? Ah, ne. Nein, hier. Du hast die... Was mit deiner Diaristung oder so? Ja, die lege ich gleich ab. Ich will das ja auch nicht in deinem Haus machen, weil es kann ja sein, dass die explodiert oder so, weißt du? Das will ich aber hier sehen jetzt. Wir wissen ja, was passiert, wenn Blutaltare zu weit weg sind. Ach, mein Hund. Guck mal mit. Hund! Oh, mein Zombie verfolgt mich auch. Ist der genauso wie der Hund? Das kann sein. Vielleicht kannst du ihn rechts klicken und er bleibt dann da. Ich fühl mich so langsam ohne Zauber. Das ist mein Zombie. Kommt der echt hinterher? Ja. Das ist cool. Wie ein Hund. Nur geiler. Wir müssen ja mal irgendwo hin, wo ich rudeln kann. Huch. Lass mal hier so hinten. Hier so? Hier so. Nein, mein Zombie verbrennt. Nein! 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 Auf ins Wasser! Stell auf ins Wasser! Nein! 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 Du setzt dich mal hierhin, Hundi, und warte. Kommst du mal? Wo bist du denn? Hinter meinem Haus. Ja, ich bin auf dem Weg. Nimm mal bitte... Du darfst dein Geländer auch noch vergrößern, oder hast du schon? Hab ich schon. Nimm mal bitte meine Rüstung so lange. So, Shift. Geschenk ist gestern, wie du holst, wird stohlen. Wuhu! Wie konnte man das aktivieren? Stand auch da drin. Shift, Rättsklick. Ah. Hm. Ob wir jetzt gerade Blut verbrauchen von ihm? Wir müssen aber aufpassen, soweit das unser Blut verbraucht. Wenn er... Mir wurde in die Kommentare geschrieben, dass das irgendwie 15.000 Bluteinheiten verbraucht. Und wenn es einmal Blut verbraucht, bin ich eh tot. Aber wie viel ist denn im Inventar, also bei AGP drin? Machen wir jetzt mit Absicht sein Bluteinhalten, ja? Mir wurde auch geschrieben, er hätte gar kein Blut drin. Deswegen wundere ich mich gerade. Na ja, gib mir die Rüstung wieder. Passiert nix. Kannst du behalten, die Schaufel. Wiederholen ist gestohlen. Hallo, Rüstung. Fang mich doch, du Eierloch. Ich verrende dich ab. Zack, zack, zack. So. Na gut. Huch, hallo, Zombie. Na? Ist das deiner, oder ist der hier... Ne, ist es deiner, der läuft hinterher. Der ist süß, ne? Naja, wenn AGP Blut im Altar hatte, jetzt nicht mehr. So, das will ich, das will ich. Das will ich, das will ich, das will ich. So, was wurde denn jetzt nochmal... Oh, der Zombie ist hier bei mir. Jetzt ist er weg. Okay. Ja, ich hab mich gerade wegbewegt. Der stand auf einmal neben mir, voll verwirrend. Der Zombie war auch verwirrt, wahrscheinlich. So, hä, falsch. Der zählt wahrscheinlich als Haustier, deswegen kann er auch nicht in den Altar. Als Haustier? Der muss er ja. So. Das will ich ja... Müssen wir mal gucken, dass ich mir jetzt mal ein bisschen einen Klauberstab mache. Das kann ja so nicht weitergehen hier. Habe ich jetzt schon alles erforscht, was ich jemals so als... Oh, es kann sein, dass er... Boah, wenn AGP mir diese... AGP mir die Research Notes geklaut hat, wird er sich ärgern. Hat er. Ich hab seine Folge geguckt. Ich hab seine Folge geguckt. Er hat irgendwie... Haben wir den uselessen Scheiß geklaut? So Schriftrollen und so hat er geklaut. Aber das ist ja nix, ey. Boah, vor allem die Research Notes. Da brauche ich Tinte und Papier. Da brauche ich nix, ey. Dann hat er noch irgendwie ein bisschen Eisen gefunden oder so. Rubies hat er noch irgendwie mitgenommen. Ach süß, ja. Okay, cool. Und das war es dann auch irgendwie. Er hat echt... Also, der hat echt zu wenig mitgenommen. Das ist schon schade. AGP, das ist echt traurig, wenn du das hier siehst. Weil wir... Die haben wir halt so vernascht. Es ist echt traurig, was wir da alles mitgehen lassen haben. Aber ich hab... Du, ich hab noch zwei Skillpunkte. Ich kann noch skillen. Ich hab deine Folge geguckt. Warum hast du die Scheiß-Charts nicht mitgenommen? Ich hab das dann auch gesehen, als ich die Folge noch geguckt habe. Ich hab auch ein ganzes Stack Eisen. Voller Scharts, ey. Das Stack Eisen hab ich auch da gelassen. Ja, es war... Es war doof. Ich weiß es selbst. Aber du weißt ja auch selbst, wie es ist, wenn du plündern bist. Ja, ich hab beim ersten Mal plündern nix geklaut. Sagen wir es mal so. Äh. Salismundus. Ja, wie ging das denn nochmal? Das wollte ich eigentlich mal gegoogelt haben. Das hatte mir auch mal jemand reingeschrieben. Aber sowas merke ich mir doch nicht. Salismundus. Ätherische Essenz, ätherische Essenz und ne Schad. Okay. Äh, wo ist mein Fliegen? So. Ätherische Essenzen und ne Schad. Welche? Ist egal. Ne, war die blaue hier. Was machst du jetzt? Ich hab grad wieder ein bisschen geskillt. Du musst auch mal wieder skillen. Ja, muss ich auch mal wieder, ja. Das ist sogar wahr. Könnte ich gleich mal eben tun. Ähm. Greatwood Rock. Greatwood müsste ich noch haben. Oben wahrscheinlich. Oh, nein. So. Äh. Greatwood Planks. Ah, fuck. Da bräuch ich aber Locks. Ballocks? Locks. Du hast nicht zufällig Greatwood in der Tasche? Ist der Hush in der Tasche, das ist immer was der Nasch da. Lass mich mal kurz gucken, ey. Greatwood hab ich hier. Locks auch oder nur die Planks? Locks hab ich. Wie viele hätten's dann gern? Zwei. Wie viel? Vier. So. Muss meinen Hund noch holen, den hab ich da wieder sitzen lassen, den vergesse ich immer. Hundi? Da ist Hundi. Mein Hund wär gestorben bei Julia in der Explosion, wenn er selbst keine Regeneration gehabt hätte, hab ich gesehen. Scheiße, Nephias. Ja. Scheiße, Nephias. Was? Du musst mir nochmal einen neuen Kristall bauen. Kristall? Ein XP-Kristall. Wieso ich? Hattest du die nicht selbst gebaut? Nee. Kann ich das? Klar. Hallo. Scheiße, Nephias, ey. Scheiß die Wand an, ey. Hast du kaputt gemacht? Ich ausgesehen den Buddelzauber, übrigens. Hat er den zerstört abgebaut? Ja. Ah, das ist blöd. Kannst du den Buddelzauber nicht mit Silk Touch machen? Ähm. Äh. 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 Eigentlich ja dann sinnlos, aber trotzdem. Weiß ich nicht, ob das geht. Geht das? Geht bestimmt. Ich habe keine XP, äh, Kristalldinger, sonst würde ich einen bauen. Ich habe aber die Charts. Ja, hast du genug Charts? Du brauchst vier Charts. vielleicht und so stoppt totalen bullshit nicht so und dann so du musstest denn jetzt am smarteststen den kristall hinzustellen da wo du immer stehst so wie ich halt an meinem tisch immer stehe davon ein davon ein davon ein davon einen und zwei gold glaube ich habe scheiße gebaut habe ich noch gold als agp uns gold geklaut ich glaube ich habe scheiße überhaupt nicht das hast du schon gesagt warum ich habe daraus eine lampe gebaut ach goro kann ich das wieder kaputt machen nee die lampe kriegst du nicht mehr kaputt warum lachst du weil ich jetzt die charts verbraucht habe toll bisschen hell ist das scheiße der weint da ein bisschen das ist doch kacke ey wuffi das ist doch scheiße das ist doch scheiße das ist doch scheiße ja sagst du das was hast du da wieder gemacht wo ist das scheiße ich ärgere mich so wie mich selbst das ist doch scheiße und du bist schuld ich da du hast du gold vielleicht warum habe ich eigentlich kein gold geklaut nein spaß ich habe kein gold irgendwie das hast du doch das gekriegt wo ist das hin in deiner safen kiste das kann sein ich gucke aber auch gar mal ob ich noch ein purple crystal ab für go aber ich habe keinen mehr ich habe nur noch einen pinken und magenta brauche ich jetzt einen piston wofür brauchst du einen piston gehe ich gar nichts an was sagst du lass mich doch einen piston brauchen wenn ich einen piston brauche ich habe dir nicht das gold musst du haben ich habe das auch nicht in deiner safen kiste ne da ist es nicht drin dann haben wir kein gold mehr hä im rucksack drin bei dir ne ist leer aber bei mir ist kein gold mehr ich habe jetzt in jeder kiste geguckt ja dann haben wir ein problem dann haben wir kein gold mehr ich brauche zwei gold ach scheiße aber wieso haben wir denn kein gold mehr wir haben noch so viel bist du sicher dass wir kein gold mehr ah ich habe noch zwei fünf gold ohrs habe ich noch aber sonst habe ich kein gold mehr hä ne wir haben noch so viel gold eigentlich nicht so wurden wir beklaut diebstahl vielleicht haben wir das das gold hat man doch gesichert oder das denke ich nämlich auch wenn dann haben wir es gesichert weil gold eisen dia ist das sichern wie immer wo ich so gerade gucke wo sind unsere dias hast du die sag nicht dass du die dias auch weg hast sind in deiner saven kiste hat agpi die safe kiste geplündert wir hatten haben wir viele dias guck gerade du hast die folge von hast du gesehen welche kisten er geplündert hat er hat nicht die safe kiste geplündert eigentlich ich möchte jetzt nicht alles was ich habe darauf verwenden aber ich bin mir schon relativ sicher dass er das nicht hat ja aber ich darf ja auch in deine kisten gucken ne ja ja ah dias sind hier 25 ok boah aber das gold nicht ging mir gerade der arsch auf glatt aus vielleicht haben wir das gold vergessen das kann sein na egal ich habe einen neuen zauberspruch den ich an jahr ausprobieren möchte ja warte ich möchte in 3 minuten noch gleich bei die skillen gehen aber erstmal muss ich hier mir das gold rausholen und eben was bauen ähm ich hoffe es ist egal wie die drin liegen nein ist es natürlich nicht ey scheiße ähm luft feuer wasser luft erde feuer wasser luft feuer wasser ja so nein mein zauberstab ist zu leer ich brauche eher ok versuch den zauberspruch an mir gehen wir dafür raus tötet er mich nein das klang so auf keinen fall klang so vielleicht wo bist du sag mal bescheid wenn dein fliegen weg ist jetzt was ist das denn flieg defias flieg ich gehe das ist ja voll der troll das ist ne kleine spielerei war auch nicht kostenspielig warum gehe ich eigentlich immer durch deine scheiß Tür so ich wollte auch grad durch äh was wollte ich skillen utility ne oder was habe ich geskillt ah ja utility ähm ich habe zwei blaue und vier grüne ist das awesome dann kannst du auch schon mal geile sizes skillen ähm was ist denn rift was ist das für ein symbol ist so ein kreis rift geht auf attract und telekinesis und hat am ende radius ich glaube das ist so ein aoe spell dann am ende radius achso rift ja ich sehe es schon hier ähm channel radius dann habe ich noch plant blow und harvest ja das geht später zu banish rain und water briefing ich kann auch great water lernen charm was sollte ich noch lernen talents mana regen 2 das sollte ich auch noch lernen ne ja habe ich auch gemacht spell motion was ist mage posse 1 weiß ich auch nicht color was ist color das ist glaube ich äh auch nur so spielerei hast du was hast du bei utility noch du hast night vision true side das habe ich schon alles also du kannst nächstes mal wenn wir einen roten haben kannst du invisibility machen mhm ok klären jetzt mal charm und die 19 minuten sind übrigens erreicht ja ok dann machen wir das nächste folge ja gut wir sehen uns dann im nächsten part von rhythm ähm wieder mit dem guru bei tschüss tschüss